liebe freund ich steig jetzt aus und filme für euch den 15 besuch an der rosa parks und ich sag mal so ich fange da hinten bei diesen steinen an es hat sich doch einiges getan ich fange aber von da vorne an und lauf einmal für euch die wand lang hier an ja das rote tag mit 90er ist auch neu und unten das über das lila iom ist auch neu weiter oben ist erstmal nichts neu aber wir fangen ja hier jetzt an das drk war schon sonst die texten auch alle relativ wahrscheinlich schon gewesen und dann habt ihr hier ein sel drk fotografieren hier für die collagen und das alles das ist hier auch kommt man da ist monster gesicht aber ich glaube das war schon hier zurück einmal gucken ich würde sagen drk dominiert im moment den spot ist wieder von vix one drk crew mit kru oic war da ist da dann ein what is forever old dreams seht ihr den dann für euch zu akk alter aber das ist auch schon ein bisschen länger genau wie der frosch und das oic haben wir zwei dominierende crews im moment hier ne einmal drk crew sachen und einmal oic crew sachen ja das ist neu aber ich glaube ohne spaß ich habe bei rl collas gestern ein bisschen glaube ich instagram geguckt oder vorgestern und wusste dass hier was neues ist oder war mir unsicher aber das sah nach diesem spot aus das ist ein sckb schönes lebewesen da aber von der seite dann und der seite noch mal obwohl hier sind auch übertrieben und dann habt ihr hier ich denke ein style von jemandem der bisschen jünger ist heute schön schnö ferien von diese diese hier kommen wenn ihr euch das tag anguckt bei dem bombing wäre es noch unklar gewesen aber bei den tags und den schriften würde ich sagen jemand der noch nicht so krass viel mal diese und machen wir trotzdem foto kommt dann auch in eine collage hier irgendeine so ach so und für alle die humor haben man ab ist noch da und acht guck mal da ist denn und dann war da glaube ich schon noch nicht egal so gut ich hoffe ihr hattet spaß 15 das sampler rosa parks rps